Was ist für den Schwung aus den letzten drei Spielen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir den Schwung aus den letzten drei Spielen mitnehmen. Ähnlich wie gegen Schaffhausen, auch gegen Aarau, wo wir auch gut Fußball gespielt haben, wo wir auch einige Torchancen kreiert haben, dass wir das morgen Abend auch umsetzen können. Wichtig wird in meinen Augen sein, dass wir die Kontrolle überspielen, relativ schnell erlangen, dass wir bestimmen, was passiert auf dem Platz. Dass wir zu Abschlüssen kommen, Standardsituationen kommen, weil ich denke, dass wir da einen Vorteil auf unserer Seite haben. Und wir müssen aber trotzdem jedes Spiel neu angehen. Wir müssen uns jeden Punkt, jeden Sieg hart erarbeiten. Und das wird morgen Abend in Rapperswil genauso der Fall sein, weil Rapperswil hat 20 Punkte jetzt gemacht als Aufsteiger, steht voll im Soll oder mehr als im Soll und hat eigentlich auch in dem Spiel gegen uns nicht zu verlieren. Wir haben eine sehr junge, freche Mannschaft, die sich von Spiel zu Spiel beweisen will, für das Team, aber auch persönlich. Und von daher haben sie nichts zu verlieren. Der Druck liegt auch morgen Abend mehr auf unserer Seite. Und ich hoffe, dass wir damit jetzt auch nach den drei Siegen gut umgehen können und ein ähnliches Niveau abliefern können, wie eben in den letzten Spielen. Ja, zum Glück ist jetzt letzten Montag niemand ausgefallen in dem Spiel gegen Schaffhausen. Das ist schon mal sehr positiv. Hinzu kommt, dass Philipp Bundwiller wieder dabei sein wird nach seiner Gelbsperre. Und jetzt werden heute Thomas Konrad und Mohamed Koulibaly mit der Mannschaft trainieren. Wenn dann das OK nach dem Training kommt, dann kann es auch gut sein, dass beide morgen mitfahren, sodass wir dann deutlich mehr Optionen hätten von der Bank auf das Spiel oder auf das Ergebnis zu reagieren. Ja, es ist natürlich super immer, wenn man nach dem Spiel gewinnt. Jetzt dreimal in der Folge ist es natürlich noch besser. Es ist eine super Stimmung immer in der Kabine. Also viel besser als am Anfang der Saison oder in der Mitte der Saison. Und ja, man geht auch ganz anders auf den Platz, wenn man weiss, wenn man dreimal hintereinander gewinnt. Ich denke, wir werden morgen wieder mit dem gleichen Selbstvertrauen wie in den letzten beiden Spielen auftreten. Das heisst, wir werden sicher auch, es wird sicher auch ein bisschen das Kampfspiel. Weil wir wissen, die sind daheim stark. Die haben daheim jetzt fünf Spiele in der Serie nicht verloren. Und die letzten drei Spiele auch nicht verloren. Und von dem her wissen wir, dass eine gute Mannschaft dort auf uns wartet. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir auch kicken können. Und ich denke, das werden wir morgen auf den Platz bringen. Was ist das für mich? 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 Also, den Michel, ich kenne ihn noch von früher von meinem Bruder. Ich habe mit meinem Bruder bei Winterthur mal gespielt. Ich habe ihn dort schon einen guten Spieler gefunden. Und jetzt diese Saison ist sowieso ein wirklicher Topscore. Sagen wir es mal so. Er hat, glaube ich, zehn Goren und etwa fünf Niederlagen, äh, Niederlagen-Vorlagen. Und ja, wir wissen, dass wir sicher auf diese aufpassen müssen. Und auch, sie haben schnelle Flügel. Eben mit dem Schweizer und dem Schabani. Sie haben es gute Spiele. Aber wir müssen nicht zu fest auf den Gegner schauen. Ich denke, wir müssen uns zuerst einmal auf uns selber fokussieren. Und wenn wir das auf den Platz legen, wo wir die letzten zwei, drei Spiele gemacht haben, dann liegt da schon etwas drin in Rapperswil.